Freunde, ähm, ich hab die ganze Zeit an ein Video gearbeitet und jetzt schauen wir uns an. Ihr könnt erstmal kurz lesen. Gut, fertig gelesen? Gut. Ihr pausiert jetzt euer, äh, wenn ihr jetzt das Video anschaut, dann pausiert ihr. Ich glaube, ich passe hier was. Hm? Ja. Ich hab mein Mühefüß Video gemacht. Ich, Mühe. Ich hab mein Mühefüß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020